So, ja, hallo, servus, der Markus Mingers ist heute dabei, hat sich die Zeit genommen und der Markus ist sehr erfolgreicher Rechtsanwalt mit vier Standorten jetzt. Genau. Elf Anwälte sind allein bei dir, alle top. Und, Markus, wie sage ich das am nettesten? Und Jura ist für mich persönlich so ein total trockenes Thema gewesen, das ich dich kennengelernt habe. Wohl wahr. Und du bist selbstständig, seit du 25 bist. Wie hast du das aufgebaut? Wie bist du da hingekommen? Und vor allem, wieso bist du so anders als alle anderen Anwälte? Ja, erstmal vielen Dank auch für die Blumen und für das Kompliment. Offengestanden bin ich damals aus der Lothar aus selbstständig geworden, weil meine damalige Frau ungewollt schwanger war. Und ich war im Jura-Examen und musste irgendwie schauen, dass ich Geld verdiene. Habe dann gejobbt, getan und gemacht. Und das war der Jura-Examen, nicht gerade förderlich. Und bin dann damals auf die Idee gekommen, den Leuten Nachhilfe zu geben. Das gab es nicht. Und da war ein Riesen-Run und habe gemerkt, du hast ein Talent dafür, den Leuten das ist, komplizierte Materie einfach zu erklären. Hatte plötzlich 20 Nachhilfe-Schüler. Habe so das Examen gemacht. Und habe dann nach dem ersten Examen juristisches Repetitorium für Studenten aufgemacht. Das hat super funktioniert. Habe das dann auch auf mehrere Standorte ausgeweitet. Und habe dann so das Unternehmertum kennen und lieben gelernt und gemerkt, das ist das, was du tun musst. Du musst selbstständig sein. Alles andere funktioniert da. Und wenn man jetzt so als Anwalt den Beruf betrachtet, Markus, als Normalperson ist es ja so trocken, vielleicht ein bisschen langweilig. Was ist bei dir anders? Bei dir, ich weiß, du hast Top-Referenzen. Du hast ein total cooles Geschäftskonzept dahinter. Aber das Faszinierendste ist eigentlich, dass der Kunde immer Priorität Nummer 1 bewahrt. Genau. Obwohl man schon so viele Referenzen und so viele Daten gesammelt hat. Erzähl, wie machst du das? Wie bist du da hingekommen? Also für mich war immer das Wichtigste, schon damals, als ich das Repetitorium hatte, so raus aus diesem juristischen Elfenbeinturm. Juristen sind ja häufig so eine vorgeschobene Arroganz, halten sich für was Besseres, verkomplizieren bewusst die Materie, um da was Besonderes draus zu machen. Ich habe mich immer als Unternehmer begriffen. Und mein Produktdienstleistung ist halt die Anwalterei. Das war immer mein Antwort. Ich war mir nie zu schade, auch die Identität eines Verkäufers zu haben. Und das hat mich immer, also schon zu Beginn meiner Karriere, von den anderen Kollegen unterschieden. Die haben das immer mit spinnsten Fingern nur angefasst. Und die einzige Marketingmaßnahme war dann ein Schild an der Tür und ein Inserat sonntags in der Zeitung oder samstags. Und ich habe mich halt sehr viel mit Marketing schon immer beschäftigt und mit Verkäufern bin. Die Kollegen haben dann eben Anwaltsseminare besucht zur Fortbildung. Und ich habe halt Verkäuferseminare besucht. Habe sehr früh eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer, zum Verkaufstrainer, zum Kommunikationscoach. Habe ich eine zweijährige Ausbildung gemacht, schon als ich selbstständig war. Und das war so die Basis des Ganzen. Einfach das Mindset zu haben, sich für nichts zu schade zu sein, letztendlich einen Erfolg haben zu wollen. Und der Erfolg geht eben nur dahin, wie du sagst, über den Kunden. Der Kunde muss maximal zufrieden sein. Und ich liebe halt da so den Kampf David gegen Goliath.